Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und willkommen zu Nobody... äh, nee, gar nicht, äh, Keep Talking and Nobody Explodes. Und, äh, ja, mein Englisch ist nicht so gut. Äh, mit dem D-Vox wieder. Hallo D-Vox! Höllchen! Ja, äh, wir gehen ja zur zweiten Bombe über. Das heißt, was heißt das? Äh, äh, Double Your Money. Nee, ja, und dann starten wir mal. Äh, haben wir nicht schon eine zweite Bombe aufgenommen oder hast du Alzheimer? Nein, äh, okay, nee, das war die dritte Bombe jetzt. Okay. Ja, wir haben se... Dann fangen wir an, Opie. Wir haben sechs Module. Die bitte? Sechs Module und wir haben... Fünf Minuten Zeit. Okay. Ah, da ist mein Gebiss. Okay, so. Hast du die Haftcreme auch benutzt? Ja, die Haftcreme hier. Das geht voll klar. Ähm, wir haben zweimal Symbole, wir haben zweimal Drähte und wir haben zwei... Buttons. Oh mein Gott. Womit möchtest du starten? Machen wir als erstes Drähtchen. Drähtchen? Alles klar. Ja, viel Kabel haben wir. Das erste Drähtchen sind fünf Drähte. Okay. Ein weißer, zwei rote, ein schwarzer, ein gelber. Ein... wie... was war das nochmal? Ein weißer, zwei rote, ein schwarzer und ein gelber. Okay, ähm... Bei dem schwarzen, wenn es nur eins ist... Äh, nee, das letzte Kabel, ist das schwarz? Nein, ist gelb. Okay, dann, ähm... Wie viel rote haben wir? Zwei. Zwei rote? Jawohl. Blablabla. Ähm, da können wir nichts machen und was haben wir? Weiß haben wir? Einmal. Ähm... Ähm... Machen wir... Durchtrennen Sie das erste Kabel. Das ist korrekt. Zweite Wires. Vier Kabel. Okay. Ein gelber, ein blauer, ein roter, ein schwarzer. Wölz. Okay. Da wird's zum Regenbogen. Gibt es mehr als gelbe Karte? Nein, alles nur einmal. Okay, und blau ist dabei? Jawohl. Okay, wenn's ein blaues gibt, dann bitte das erste trennen. Ist korrekt. Symbole. Yay. Okay, warte, runter scrollen. So, bereit. Omega. Was? Dann eine komische 6 mit einem Schleifchen. ein umgedrehtes N mit einem komisches, äh, U oben drüber und dann diesen Schrägschle... äh, eine Raute. Diese Raute. Okay, ah, ähm... Die 6 war das mit diesem komischen, komischen, geschlauften Dingen da drüber, ne? Ja, das ist so ein bisschen geschlängelt oben drüber. Aber eine 6. Okay, dann als erstes das. Korrekt. Ähm, was gab's da noch? Omega, diese Raute und ein umgedrehtes N mit einem U oben drüber. Okay, dann kommt, dann kommt die Raute dran. Korrekt. Dann kommt das N mit dem komischen dran. Korrekt. Und das andere, alles klar. Äh, nächste. Ähm, die zwei Ks mit dem I drinne. Okay. Zwei davon. Nein, 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 nein. Ja, ja, äh, ein K, umgedrehtes K, I drinne. Dann, äh, ein A mit einem komischen F umgedreht oben drüber. Ein nicht ausgefüllter Stern und ein W mit dem... Äh, was ist denn das da oben drüber? Irgendwie so ein Schleifchen mit einem Komma. Okay. Also, K. Was war das andere? Das war das W, weiß ich noch. Was war da noch? Nicht ausgefüllter Stern und ein... Ich würd's jetzt einfach mal Alpha mit einem F nennen. Ein Alpha... Ähm, ja, äh, dann ist als erstes die Titte dran. Okay. Okay, nennen wir's Titte, okay. Dann das doppelte K. Jawoll, ist richtig. Dann das komische AF. Ja. Dann dieser Stern. Alles klar. Wir haben, äh, zwei Buttons. Einmal Detonate Blau. Okay. Und den Board Gelb. Aber wir nehmen erstmal Detonate Blau. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo war das denn? 45 Sekunden. Alter Scheiße, Junge. Äh, oh. Da ist es, äh, Detonate, ne? Und Blau. Detonate und Blau. Ähm, wo ist denn hier Detonate nochmal? Da Detonate, äh, gibt's, äh, ist das mehr als eine Batterie? Ja, vier. Bleh. Ähm. Schnell, 20. Äh, äh, K. Rot sagt, ne, 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 ne. Ist blau. Äh. Okay, trifft nichts. Dann halten Sie den Knopf und lesen Sie unten bei eingedrückten Knopfen loslassen. Okay, dann sag mal blaue Streifen loslassen. Wenn der Timer beliebige Position 4 anzeigt. Ja, das ist falsch, habe ich gerade schon probiert. Äh, okay, wir sind explodiert. Oh, Mann. Was soll denn das? Mach das Gebiss wieder rein. Exploded. Ist gerade rausgefallen, tut mir leid. Time Grand Art. Ich hab doch gesagt, du sollst die Haftcreme benutzen. Okay. So. Äh, ich würde sagen, probieren wir nochmal, oder? Ja. Puh, alles klar. Also die Zeit, äh, rennt auf jeden Fall gegen uns. Rieschen. So. Alles klar, wir haben auf jeden Fall zweimal Wires, was ich gerade sehe. Zweimal Symbole und zweimal wieder, äh, Buttons. Wir starten wieder mit Wires. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wires. Okay. Ähm, zwei blaue, drei schwarze, ein weißes. Okay, dann fangen wir bei dem blauen an. Blablabla. Äh, mehr als ein weißes. Gibt's mehrere als ein weißes? Nein. Gibt's nur ein gelbes? Nein. Ähm. Ähm, gibt es keine roten? Richtig. Okay, dann durchtrennen Sie das vierte Kabel. Eins, zwei, drei. Ist falsch. Hä? Wir haben sechs Wires. Warum das denn? Zwei blaue, drei schwarze, ein weißes. Äh, sag doch, dass... Ne, da ist mehr als ein weißes. Nein, ein weißes. Ja, das steht da aber hier drin, deswegen raffe ich das nicht. Und da es keine gelben gibt, fällt das auch weg. Okay, scheiße. Ja, das fällt auch weg, keine roten Kabel, fällt auch weg. Ach, gibt es keine roten Kabel, so kappen Sie das letzte Kabel. Das ist auch falsch. Scheiße. Hä? Okay. Äh, pass auf, wir haben drei Kabel, rot, weiß und blau. Rot vorhanden, durchtrennen Sie das... Ne, es sind keine. Okay, sollte das letzte Kabel... Äh, was war da? Rot, weiß, blau? Rot, weiß und blau. Äh, ist das letzte Kabel weiß? Nein. Rot, weiß und blau. Okay, sollte es mehr, äh... Ne, gibt es auch nicht. Wie das... Warte. Ähm... Durchtrennen Sie... Ne, ähm... Durchtrennen Sie das letzte Kabel. Sicher. Jo, ist richtig. Nochmal zu den ersten Wires. Sechs Kabel. Okay. Zwei blaue, drei schwarze, ein weißes. Ähm... Zwei blaue, ne? Zwei blaue. Drei schwarze, ein weißes. Es gibt keine roten Kabel, äh... Das da... Gelben Kabel... Es gibt auch keine gelben, ne? Nein. Okay, ähm... Dann nehmen wir... Was ist denn... Was ist denn die letzte Ziffer von der Seriennummer? Na eins. Na eins, die ist ungerade, ne? Richtig. Das heißt also, dann trenne mal bitte das dritte Kabel. Das ist korrekt. Äh, Symbole. Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, ein 20. Okay, dann los. Umgedrehtes E mit zwei Pünktchen. Das O mit einem Pimmelchen. Umgedrehtes C mit einem Punkt. Und nicht ausgefüllter Stern. Okay, das E kommt als erstes. Richtig. Das O mit einem Penis kommt als zweites. Das C kommt als drittes. Ja, ja. Äh, zweite Malzeichen. Äh, O-Pimmel. Dann dieses AF. Dann, äh, Schreibschrift N mit einem Schlingel. Und, äh, ein komisches N. Nicht spiegelverkehrt. Okay. Nicht spiegelverkehrt. So, Q mit dem Pimmel. Alter, wo ist denn das? Und wir haben noch zwei Buttons. Das muss eigentlich das erste sein. Ja, das erste, also Pimmel. Richtig. Dann A. Dann, äh, das komische, komische geschlängelte N. Das ist doch falsch. Äh, dann müsste es das komische andere N gewesen sein. Oder das Schreibschrift H. Puh, boah, das ist echt schwer. Ja. Time remaining. Schon wieder verkörpt. Hm. Mäh. Yummy, yummy. Okay. Auf ein neues, würde ich sagen. Ja. Wir müssen diese Bombe schaffen. Ja, okay, das schaffen wir schon. Ich bin ja auch so schnell im Verstehen, aber du musst das schon machen. Oh, Gott. Okay, ich drücke 3-2 an. Okay, bei Kabel. Ich weiß nicht, was wir haben. Wir haben zweimal Symbole, zweimal Buttons auf jeden Fall. Wieder zweimal Drähte. Vier Drähte. Einmal Weiß, zweimal Gelb, einmal Rot. Ist es mehr als ein Rotes, letzte Ziffer? Nee. Äh. Sollte das letzte Kabel Gelb sein? Ziffer ist, äh, letzte ist 7. Ist egal. Okay. Ähm. Das letzte Kabel, ist das Gelb oder gibt da kein Gelb? Rot. Zwei Gelbe, ein Weißes. Okay, andernfalls gibt es exakt ein Blaues? Nein. Gibt es mehr als ein Gelbes? Gibt es auch nicht. Ja. Dann nehmen wir fast mehr als ein Gelbes? Doch, zwei Gelbe, zwei Gelbe. Dann kappen Sie das letzte Kabel, bitte. Richtig. Äh. Zwei, vier, fünf Kabel. Okay. Zwei Weiße, ein Schwarzes, ein Blaues, ein Gelbes. Letztes Gelb. Sollte das letzte Kabel, nee, das ist nicht schwarz. Okay, das gibt es exakt ein Rotes als ein Gelbes Kabel. Durchtrennen Sie das erste, äh, warte. Gibt es ein Rotes und ein Gelbes? Ein Gelbes, kein Rotes. Okay, gibt es keine Schwarzen oder gibt es Schwarze? Ein Schwarzes. Okay, dann durchtrennen Sie das erste Kabel, bitte. Ist korrekt. Okay. Okay, äh, Symbole. Okay. Smiley, Kerzenständer, ausgefüllter Stern, B mit dem T drinne. Smiley, Kerzen, T mit dem B. E, was war das andere, ausgefüllter Sternchen? Okay, Kerzenständer. Richtig. Smiley, TB. Richtig, alles klar. Und Sternchen. Zweite. Ähm, diese komische Raute, schräg. Äh, umgedrehtes E mit zwei Pünktchen oben drüber. A, E. Äh, spiegelverkehrtes N mit einem Schleifchen oben drüber. Mhm. Okay, dann als erstes das E. Richtig. Dann die Raute. Richtig. Dann der Kerzenständer. Ja, haben wir nicht. Okay, was war das andere? Wir haben A, E, ein umgedrehtes N im Schleifchen. Dann A, E. Okay, richtig. Ach da, zwei Buttons. Einmal Hold, blau, und Press, rot. Scheiße, ich glaube, ich habe mich gerade fast scrollt. Nein. Okay, was Hold? Was für ein Ding? Hold und blau. Rot und blau mit Hold, oder was? Hold ist blau, der Button. Okay. Ähm, trifft nicht zu, also den Knopf, warte, was? Dann halten Sie den Knopf, ja, dann halte mal. Gelb. Gelb. Äh, loslassen, wenn der Timer auf Position fünf anzeigt. Okay, muss ich kurz ein bisschen warten. Okay, richtig. Ähm, roter Button mit Press drauf. Press, press, press. Äh, gibt's nicht, gibt's nicht. Vier Batterien. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's nicht, äh, gibt's nicht. Gibt's nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, nimm das siebte, also wieder einen Knopf gedrückt halten. Weiß. Weiß. Äh, loslassen, wenn der Timer Position eins anzeigt. Ja, wir haben's geschafft. Ja. Ey, ja, geil. Sehr, sehr geil. Boah. Boah. Obwohl ich noch Anfänger bin. Ja. Okay, wow, noch teilweise. Und wir hatten noch eine Minute 53 über. Lol. Also, wenn wir überlegen. Diesmal haben wir's auch viel schneller, äh, erklärt oder gesagt oder halt schnell die Lösung gehabt. Ja, man arbeitet sich auf jeden Fall rein. Ja, man kriegt's halt irgendwann so halbwegs auf der Kette. Ja, auf jeden Fall. Je öfter man das macht. Sollen wir noch eins machen, wenn wir's schaffen, oder? Ja, das können wir gleich machen, aber auf jeden Fall, wenn euch Leuten da draußen diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne irgendwie ein Däumchen da oder schreibt gerne einen Kommentar. Ja, ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part, auf jeden Fall wieder mit dem Herrn Vox. Von, von wegen, sag dann auch noch bitte an, ob die mehr davon sehen wollen, Junge. Ja, 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 ja. Wollt ihr denn davon mehr sehen? Dann lasst es uns auch gerne wischen. Ja, OP. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.